So, wir müssen jetzt durch die Server spazieren. Oh fuck, nein! Abbrechen, er ist dahinter, er ist direkt hinter der Tür. Sehr praktisch. Nein! Das ist doch für ein fucking Scheiß. Oh nein! Wir haben die Nachbarn bestimmt die Polizei gerufen. Wie hab ich grad... Wie hab ich grad so mega erschreckt. Ey. Ey, das ist geil, das war ein Oberschocker. Das Dumme ist, wir müssen den ganzen Scheiß nochmal machen. Und jetzt schaff ich's. Aber warte mal. Jetzt renne ich schon mal direkt in die falsche Richtung. Okay, das ist die Lösung. Wenn wir da rausrennen wollen, können wir den wurzeln. Ah! Brenn! Kreatur der Nacht! Brenn und so schnell du willst. So und jetzt raus hier. Wau. Wau, wau! Wau, wau, wau. Wau, wau! Jetzt wieder die sind schon viel entspannender. Wau! Wau! Hi. Wie fühlst du dich? Wow. Mit dir habe ich nicht gerechnet. Guck mal, ich habe die Sonne im Kopf. Auf dem Kopf. Ich sehe das hier selber nicht, aber ich weiß ja, dass das Ding da irgendwo hängt. Das kommt mir alles ziemlich komisch vor, oder nicht? Oh, oh. Ah! Ach du, da kommt der zu drüben. Nein! Ey, auf jeden Fall ruft gleich einer die Polizei, die denken sich, was geht denn da ab. Fucke die Ficke der Scheiße. Aber es könnte sein... Warum? Was soll der Scheiß, Alter? Alter, du warst doch eben gerade friedlich. Bist du bescheuert, oder was? Oh nein. Was fehlt mir jetzt gerade noch? Was fehlt mir jetzt gerade noch? Verdammte Angst! Dann kommt der Penner da. Ich muss mich bei der Lüftungsschacht verstecken. Es wird auf einmal aggro. Ja, da kenne ich deine Pfote, die stinken. Unverschämt heilnnt. Immer locker bleiben, Zeni. Immer locker bleiben, immer locker durch die Hose atmen, Zeni. Mein Lieber! Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich habe mich gerade wieder so eingeschissen. Musik, Leute. Was? Ach, Zeni, mein kleiner Freund. Ja, das ging in die Hose! Ey, das kann doch nicht wahr sein! Jetzt geht's los. Komm, verstecken, rein! Nein! Verkackte Drecksmissgeburt! Haha, zum Glück bin ich nicht rausgegangen. Hi! Haha, hallo! Winkere! Oh Gott! Nein! Das ist doch... Verkackte Dreckscheiße! Holt mich jetzt da raus! Okay, so kriegt er mich nicht, oder? Nein! Er kriegt mich vor? Ich hab mich mal wieder nach vorne gelehnt, weil... Das ist doch nicht so schlimm! Wir sind zum Glück einen Schritt weiter! Dank dem Safepoint! Ah! Fucker, die Fick, die Wuck! Ups, sorry! Ich bin hier rein! Boah, wenn jetzt das Alien da habe, ich würd mich so ankotzen! Kann ich hier nicht reinklettern von hier, oder was? Hallo! Seht ihr, wie das... So, einfach speichern, komm schon! Wenn's mich jetzt umhaut, ist auch egal! Hauptsache, ich hab gespeichert! Oh-oh-ho-ho-ho-ho-ho! Cindy ist daaaah! Hab's überlebt? Hab ich das denn gemacht? Nein, doch nicht du, Arschloch. Oh Gott, das war's. Jetzt da runter. Hallo, mein kleiner Freund. Wir haben es geschafft, Freunde. Oh mein Gott. Wir haben es echt geschafft, wir haben es echt geschafft. Hammer. Jetzt ist es richtig laut hier. Hallo, ich hoffe, wir können mich noch verstehen. Ich kann natürlich auch so Hoodie-Gangster machen. Yo, 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 was geht ab? Gaming Heart. Wiggle, wiggle. Kann ich hier wieder hoch? Hier ist ein Save Point! Und ich komme da nicht hoch. Habt ihr gesehen? Das Gitter wie asozial. Die wussten das doch, das war doch extra von den Entwicklern. Ein Save Point und ein Gitter. Muss irgendwie den Strom aktivieren oder was auch immer. Ach du Scheiße, ich hänge hier drin. Und ich habe diese blöde Mütze auf. Die bringt mir kein Glück. Ach so. Ja, alter. Das ist ja mies gewesen. Einmal komplett rumlaufen und ich dachte irgendwo unten. Nee, sorry, Freunde, aber es kann passieren. Äh, ihr seid so bescheuert. Okay, wer will da eine Anmerkung machen? Alter Schwede! Lass mich los! Du Dreckst! Du Dreckst da! Da ist er! Er kommt, er kommt, er kommt! Nein! Adios Amigos! Das war's für diese Episode. Oh nein! Dieser Schweinepriester! Uiuiuiui! Ich muss ja nicht mehr schnell verstecken. Deswegen lass ich das jetzt mal sein. Hi! Alter! Wie geht's dir da unten? Lass ihn mal. Ey! Ach Gottchen, das war der! Und den haben wir dieses Mal nicht mehr getriggert. Nee! Was für ein Bastard! Guck mal, wie er schön da guckt. Ach guck's mal! Alter, wie laut ist das Spiel auf einmal? Oh bug, oh bug, oh bug! Wow! Wie gut leid, Ripley! Okay! Wir sind auf jeden Fall bei Ripley's gebrochen nachher. Ja, wait! Ich! Sie! Absolutes Arschloch! Sie haben mich eingeschlossen! Das zum einen! Und zum anderen sind sie ein herzloser Schweinehund! Alter, wie cool sieht das denn bitte aus! Hammergeil! Oh! Och nö! Komm jetzt hier der blöde Pico! Oh nein, da will ich nicht! Wenn man sprintet und... Nein! Das will ich auch nicht! So, das will ich! Rennen hat Unfälle zur Folge! Ja, ist mir klar! Deswegen kannst du es nicht! Nicht dank meins! Was meins! Das ist ein skrupelloses Dreckschwein! Neuer schon immer! Und... Oh mein Gott! Ich hab mich gerade einfach so... Ich dachte, Schalter! Ich gehst mal drauf! Klickst mal hin! Ich bin's doch nur... Oh! Ich dachte, die wären vielleicht sogar ganz nice! Ja, bueno! Ja!